Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes offenbar Experimente unternommen, um seinen insgesamt siebten Atomtest vorzubereiten. Dazu soll es einen Versuch mit einem Sprengsatz gegeben haben, sagte ein Sicherheitsberater Südkoreas am Mittwoch. Von Sunan, nördlich der Hauptstadt Pyongyang, seien drei ballistische Raketen abgefeuert worden, erklärte das südkoreanische Militär. Dies geschah so, Angaben aus Japan und Südkorea, nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Joe Biden am Dienstag aus Asien abreiste. Der südkoreanische Präsident Yoon Seok-yol berief den Sicherheitsrat ein. Als Antwort auf die Tests Nordkoreas führte Südkorea gemeinsam mit den USA militärische Übungen durch. Erst am Wochenende hatten beide Länder beschlossen, größere Militärübungen abzuhalten und gegebenenfalls mehr strategische Mittel der USA einzusetzen, um Nordkoreas zunehmende Waffentests zu verhindern. Mit den Tests, die in diesem Jahr ungewöhnlich häufig sind, verstößt Nordkorea gegen UN-Resolutionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017